Hi meine lieben Zockis! Ja, der Jackpot-Jagd geht weiter an diesem Wochenende Vollgas mit dem schönen Buchsimpuls. Auf dem Euro 20 genug ist es drauf und hier gibt es nur Buchs, aber dafür Doppel-Buchs. Ah, Geld muss weg, auf geht's. Hoffentlich sehen wir die Freispiele. Jetzt noch ein bisschen meine schönen Wallis. Hier im Hintergrund. Die Buchs sind Bulls, die Buchs haben die Bücher und Bulls. Achtung! Ja, das ist ein Kuss, das ist ein Kuss. Oh, da geht's bis auf Gold, oh, jetzt haut's Gold rein, nein, wie viel war denn das? Gold, geil, endlich haben wir ihn Gold rein, ihr seht mich, der Top-Shot-Ton-Ton-Ton-Stick, ja, musste mal kommen, der Gold, da spiele ich ja schon seit Tagen und Wochen drauf hin, Freunde, ist so. Aber wir gucken, haut's noch ein bisschen zu, bis der Doppelbock weg ist. Doppelbock weg ist, bis der Doppelbock weg ist. Oh, 3-Games haben, nein. Oh, wir müssen schon gucken, wir müssen schon gucken. Wir müssen schon gucken. Oh, wir müssen nur noch ein bisschen weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh normal, geil. Steht sich wieder auf 123 Euro. Oh normal, geil. Steht sich wieder auf 4 Euro. Oh normal, geil. Steht sich wieder auf 4 Euro. Oh normal, geil. Steht sich wieder auf 4 Euro. Ja, der Doppelbuch ist gleich fertig, Freunde. Ich haue den Gold natürlich sofort raus. Das Video muss ich euch natürlich zeigen. Immer schön, wenn man sowas holt, wenn man nur zu Hause ist. Macht aber nichts, macht trotzdem Spaß. Macht sogar viel mehr Spaß mit dem Spiel. Jetzt waren wir dreimal da oder sogar viermal da. Das wäre aber hart gewesen hier. Ja Leute, danke fürs Gucken. Video kommt. Schönes Wochenende. Gold, Jackpot, Sammlung. Jetzt kommt noch der Toro. Jetzt geht es nochmal ab. Der Rekord war 1-1-1. 1-1-1. 2-1 kommt auch öfter. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Gold, Jackpot.